1, 2, 3 and 4 Can't what you have now, don't count what you don't have Can't what you have now, don't count what you don't have Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog hier auf diesem Kanal Alte Scheiße, dieses fucking Gedöns hier Oh, ist einfach insane schwer Ja, herzlich willkommen, ich wünsche mir meine Stimme abgeht Ich bin krank, aber heute ist der letzte Schultag Und da wir hier mit ganzen Masken und Abschen, was weiß ich Sind, denke ich, ist kein Problem Außerdem, was ich insane krass finde Das ist meine erste wirkliche Krankheit seit Corona Ich bin ein ganzes Jahr lang also nicht krank Das ist schon faszinierend, oder? Und ich glaube, viele werden noch das gleiche Ergebnis haben wie ich Ähm, auf jeden Fall Der Plan, oder? Ähm, aufstehen Denn es ist 6.51 Uhr Ähm, Kopiergeld abgeben Weil ich war krank gestern Zeugnis nehmen Und, äh, so schnell wie ich aus Deutschland ausziehen Das ist ein ziemliches Mann Aber ich bin dann gezogen Ja, ich geh zähne putzen Ich hab die vier Matze, Bro So Leute Äh, heute war jetzt unser letzter Schultag Äh, wir werden hier mal zweckern und zeugnis vergleichen Ich kann schon mal sowas sagen Ich hab ein Notmischel von 2,33 Ich muss sagen, äh Okay Wir hocken uns das mal hin Voll auf mein Zeug Schlepp mich am Arsch Wie geht's euch? Schreibt eure Noten in die Kommentare und ist was Gut, vergleichen wir ja Ähm, das hier ist mein Noten durchdurch Kannst du nicht gucken? Nee, schon was du hast Let's go Warte kurz Wenn es da irgendwas Was kommen wir raus? 28 Ach, was hast du gemacht? Zeig mal Hey, ich hab ja 1, 2, 3, 4, 5 So, oder? Du musst Bei mir ist 2,3 2,7 Warum bin ich so gut? 2,7 ist nicht gut, ne? Ich weiß Deutsch Ja, mir ist 11,32 Ich muss in circa ne Stunde Oder In circa zwei Stunden Aus dem Arztgewegen meiner Krankheit Denn ich hab heute wieder insane Mein Schumann war ja heute Morgen immer wieder Also, das war so ein Teilfach Also, Mittag Geheizt Maul Wie hab ich mal Mittag? Nach Schule war mein Schumann komplett weg, Digga Das war insane Und, äh Mein Hund Geht gerade zu mir So sieht gerade mein Zimmer aus Oh fuck, der ist das echt scheiße Alles die Folge schockt Ich hab sogar einen alten Block bekommen Aus meiner alten siebten Klasse Was auch einfach insane ist Ähm, ja Wir sehen uns dann, äh In paar Stündchen eventuell wieder So Freunde, ich weiß gerade Fokussiert Ich weiß gerade beim Arzt Ich habe Eine Sommergrippe Auf jeden Fall Ich habe Sommergrippe Äh, ich habe ein Antibiotikum bekommen Bro Wir haben über Skarnschule verteilt Glaube ich nur 5 Proben gefühlt geschrieben Die Noten wurden meistens übernommen Die Themen in Mathe gemacht Wenn überhaupt Also, Digga Das war Das war absolut Lächerlich Ja Gut, ich muss sagen Das war's In diesem ersten Kamera Bums Dings Vlog Ähm In 10 Wochen fahre ich in Urlaub Ich werde auch damit Auch damit vloggen Es wird insane Ähm Immer mal mit Weichen Ich mache meinen PC an Und ähm Gehe erstmal jetzt Mich gesund machen Und das Atmen Das war's